Und ich fühle mich wie Sophie Scheu, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scheu, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen. Was? Lass sie doch in Ruhe reden. Ne, für so einen Schwachsinn mach ich doch kein Wort lang mehr. Was für Schwachsinn? Für so einen Schwachsinn mach ich doch kein Wort lang mehr. Was für Schwachsinn? Und lass sie reden? Für so einen Schwachsinn. Hä? Was hat für ein Schwachsinn? Ja, ich hab doch gar nichts gesagt. Das ist ein Schwachsinn. Wie so ein Schwachsinn. Wie ich das nicht? Gott, das will. Häng dem Gefühl. Häng dem Gefühl. Oder mehr als feindlich. Gott, das will. Und lass uns.